Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von Handelsblatt Crime Meet the Team. Ja und wen stellen wir heute vor? Martin Murphy. Martin Murphy ist schon auch ganz lange beim Handelsblatt. Wir werden darüber sprechen, wie lange. Und er ist Co-Leiter des Investigativ-Teams zusammen mit Sönke Iversen. Hallo Martin. Hallo Ina. Martin, wie lange bist du beim Handelsblatt? Vielleicht fangen wir vorne an. Oh, ich bin 16 Jahre jetzt hier. Ganze 16 Jahre. Schon auch relativ lange. Was hat dich damals zum Handelsblatt verschlagen? Ein Anruf von dem damaligen Ressortleiter Christoph Hart. Ich war in Spanien, hatte eine Auszeit genommen, saß im Pool, hatte mehrere Monate da und die rief an und fragte, ob wir uns nicht mehr unterhalten sollten. Dann bin ich vorbeigekommen. Dann haben wir uns bei Starbucks hingesetzt. Dann hat er mir erklärt, was von mir erwartet werden würde, wenn ich zum Handelsblatt komme. Und das hörte sich damals alles ganz spannend an. Welchen Job hattest du denn, bevor du dich an den Pool gesetzt hast? Ich habe bei einer Nachrichtenagentur gearbeitet, einer DPA-Tochter und habe da unterschiedliche Branchen gemacht. Telekommunikation, Stahl, Energie, alles Mögliche. Über Telekommunikation haben wir uns dann ja im Laufe unserer gemeinsamen Zeit beim Handelsblatt einige Male ausgetauscht. Denn ich habe ja auch irgendwann die Telekommunikationsbranche betreut im Laufe meines Lebens. Genau. Da haben wir die Gemeinsamkeit auf jeden Fall direkt gehabt. Warum bist du denn eigentlich überhaupt Journalist geworden damals? Weil mich Sachen interessieren, Zusammenhänge interessieren. Und das hört sich jetzt vielleicht ganz profan an. Aber das ist das, was ich mir mit 16 überlegt hatte. Dann habe ich zwischenzeitlich mal gedacht, ich würde vielleicht doch Lehrer werden wollen. Was mir mein damaliger Religionslehrer dann glücklicherweise ausgeredet hat. Und dann bin ich Journalist geworden. Und habe Anfang 20 angefangen zu schreiben. Über Wirtschaft, aber vor allen Dingen über Gastrowirtschaft in der Zeit. Da durfte ich Restaurants testen und dergleichen. Auch nicht schlecht. Das war im Studentenleben nicht so schlecht. Es gab zweimal warmes Essen. Ja, das ist gar nicht schlecht. Aber ich wollte gerade sagen, Studentenleben, der Weg in den Journalismus ist ja gar nicht so leicht. Vor allen Dingen dann auch tatsächlich zu einer überregionalen Zeitung wie dem Handelsplatz zu kommen. Was waren denn so deine Stationen vorher, auch bevor du zur dpa gegangen bist? Also nachdem ich da im Studium angefangen habe, habe ich bei unterschiedlichen Medien geschrieben, gearbeitet, aber immer nebenberuflich. Ich habe bei Reuters gejobbt. Das war jetzt weniger schreiben, aber sehen, wie es geht. Sehr professionell und wirklich eine super Maschine und ganz toll zum Zugucken und Lernen und Mitarbeiten. Aber das war so, ich glaube, man sagte ganz, ganz früher, das war so eine Stiftarbeit. Dann habe ich bei verschiedenen Tageszeitungen während meines Studiums geschrieben und bin dann bei so einem Verlag gewesen, der so Wirtschaftszeitungen rausgegeben hat. Das hat mich aber alles so nicht erfüllt. Und dann habe ich zu der Zeit, als die Financial Times Deutschland aufgemacht wurde, eine Bewerbung hingeschickt, bin dann da hingefahren und bin dann auch genommen worden und bin dann dort als Redakteur eingestiegen in Hamburg. Und ich fand das alles nicht so schwer. Das war auch sicherlich glückliche Fügung, aber der Weg in den Journalismus, den fand ich nicht so schwierig. Und die Financial Times Deutschland war einfach ein wahnsinnig spannendes Experiment. Ja, ich weiß nicht, ob das die Ex-Kollegen von der Financial Times Deutschland auch so sehen. Viele davon, habe ich ja das Gefühl, sind noch wahnsinnig traurig, dass das damals nicht den erwünschten Erfolg hatte. Total, bin ich auch traurig. Ich glaube auch, Konkurrenz ist immer gut und die haben sehr gute Ansätze da verfolgt. Nicht, desto trotz sind wir natürlich froh, dass Kolleginnen und Kollegen, da bist du auch gar nicht der Einzige, jetzt bei uns arbeiten und wir euer gesammeltes Wissen natürlich mitnehmen konnten. Wir spielen in diesem Format ja ab und zu ein Spiel und ich verwende eins tatsächlich wieder. Das heißt auf Englisch Would You Rather? Also würdest du eher das eine oder das andere machen? Und ich fange an mit der Frage, würdest du, wenn du nicht Journalist bist, eher in eine Kommunikationsabteilung gehen oder würdest du versuchen, etwas komplett anderes zu machen? Was komplett anderes. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass eine Kommunikationsabteilung eine fiese Veranstaltung ist. Das ist ein anderer Job. Was mich interessiert, ist Strategie. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch in einer strategischen Abteilung zu arbeiten. Große, kleine Firma, gar nicht in der Beratung, sondern wirklich Hands-on und Sachen nach vorne bringen, gerade in der jetzigen Phase, wo sich so viel verändert. Das finde ich spannend. In welchem Bereich? Welcher würde dich da besonders interessieren? Ehrlich gesagt, das ist gar nicht so entscheidend, ob man nun Autos produziert oder IT-Lösungen macht oder Schiffe irgendwie ins Wasser bringt. Es geht um die Veränderung und die Ausrichtung als solches. Also den Business Case nochmal neu zu denken, nochmal neu anzusetzen, auf die Realisierbarkeit durchzuklopfen. Das finde ich sehr spannend. Ich habe ja auch in meinem Leben zwei Firmen gegründet und auch Konzepte erarbeitet. Beide sind pleite gegangen. Also nicht pleite, haben wir aufgelöst, sagen wir es mal so. Also falls ihr die Frage noch stellen magst. Ich weiß so, wie es ist, wenn man scheitert. Und ich finde es trotzdem eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich finde das, wenn Leute das tun, auch immer extrem spannend. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir in Deutschland nach wie vor häufig führen, dass wir hier eine Fehlerkultur oder eine Kultur des Scheiterns anders aufbereiten müssen. Aber da sind wir schon viel, viel weiter, finde ich. Also ich finde, es ist vollkommen okay, wenn mal was daneben geht. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wir haben auch alle so einen Fall zumindest dann auch im journalistischen Alltag schon mal gehabt. Oder so wie du ein Unternehmen gegründet hast. Wenn du mit Jugendlichen sprichst, würdest du ihnen eher raten, Journalistin oder Journalist zu werden oder in die Automobilbranche zu wechseln? Es kommt darauf an, was sie wollen. Also wenn sie Autos herstellen wollen in irgendeiner Form, dann sollen sie das tun. Wenn aber ein wahnsinnig großes Interesse da ist, verschiedene Leute zu treffen und Sachen zu erfahren und auch hinter die Kulissen zu gucken und das in einem ganz breiten Feld, würde ich sagen, wird Journalist oder Journalistin. Also kommt ganz darauf an, die Leute müssen ja ihre Entscheidung fällen, aber denen dabei zu helfen, also solche Gespräche führe ich in der Tat relativ häufig. Kann man heute in Journalismus gehen, ja oder nein? Ich finde, wenn man das will, soll man das unbedingt machen. Aber man muss das tun, wofür man brennt. Ansonsten hat man ja auch keinen Spaß im Leben. Auf jeden Fall. Für welche Themen brennst du besonders? Veränderungsprozesse. Das kann sein, wenn eine VW sich verändert, in welcher Form auch immer. Das heißt im Guten oder im Bösen. Das heißt, wenn die von sich heraus selber sich verändert, aber Veränderungsprozesse können auch sein, große Korruptionsfälle, Kartellfälle oder einfach brutales Missmanagement. Das führt ja meistens dazu, das sind so Katalysatoren, wo sich dann Sachen beschleunigt verändern. Und das finde ich interessant. Das kann bei Unternehmen sein, das kann in der Politik sein, Kaninchenzüchterverein, wie auch immer. Aber ich finde, diese Phase der Transformation, das ist das, was mich interessiert und vor allen Dingen, was das mit den Menschen macht. Welcher Fall fällt dir dabei im Besonderen ein, wenn du jetzt darüber sprichst? Welcher Fall ist dir besonders hängen geblieben? ThyssenKrupp. Da war ich in der Anfangszeit vom Handelsblatt als Berichterstatter drauf gesetzt worden. Und dieses Unternehmen habe ich sehr, sehr intensiv begleitet. Und die hatten große Fehlinvestitionen getätigt. Aber es war eine Mauer. Also man kam als Journalist nicht durch. Also ich kam nicht durch. Andere Journalisten, ich nenne es mal so, waren da gekauft. Die haben auch keine vernünftige Berichterstattung gemacht. Und für mich war das eine wahnsinnige Schwierigkeit, da ein Loch zu finden, durchzukommen. Und als ich das dann einmal hatte, war es dann 16 Stunden jeden Tag. Sieben Tage über zwei Jahre, sage ich mal so. Nicht jeden Tag 16 Stunden, aber es war eine mega intensive Phase, wo unglaublich viele Leute geredet haben und mir Einblicke gegeben haben. Ich habe auch die Familien getroffen von Leuten, was das mit denen gemacht hat. Und das zeigt sich halt, wenn eine Managerin oder ein Manager einen Job verliert oder rausfliegt, ob sinnvoll oder sinnvoll oder nicht sinnvoll, das trifft die ganze Familie. Das ist, also bei den Mitarbeitern ist es ja nicht anders. Aber da gibt es dann auch ganz viel Häme zu Hause, nicht zu Hause, in der Schule für die Kinder und dergleichen. Also du merkst, das ist eine sehr intensive Auseinandersetzung gewesen für mich. Die hat für mich auch eine wegweise Entscheidung mit sich gebracht. Also ich habe da wirklich schlimme Sachen miterlebt und erlitten und vor allen Dingen aber auch von Leuten gehört. Und ich war schon an dem Punkt, wo ich kein positives Menschenbild mehr hatte. Okay. Und da habe ich auch für mich entschieden, dass ich das nicht möchte. Also der Großteil der Menschheit ist halt gut und nicht nicht blöd. Auch wenn wir uns als Journalisten mit den weniger guten Fällen beschäftigen. Aber ich behalte mein positives Bild und ich lasse da gerne meine blutige Nase, hole ich mir gerne ab. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das spricht uns allen aus der Seele. Das tun wir alle nicht. Denn natürlich sehen wir auch immer wieder Sachen, wo man wirklich und wir sprechen hier auch genau in diesem Podcast immer wieder über massives Fehlverhalten, das sehr viele Leute sehr nach, also sehr eindrücklich verletzt, sowohl emotional als auch finanziell, als auch in vielen anderen Bereichen, wo Leute wirklich auch tatsächlich teilweise vor einer gebrochenen Existenz stehen. Deswegen finde ich das gut, dass du diesen positiven Austausch noch hast. Letzte Frage ist noch, wenn du dir einen Fall aussuchen könntest, das habe ich glaube ich neulich Michael schon mal gefragt, den du bis zum Ende deiner Karriere immer wieder begleiten könntest. Welcher wäre das? Oh, das ist schwierig. Oh, ein Fall. Also du meinst jetzt ein Unternehmen oder eine Politik oder politische... Ja, oder sowas, du könntest sagen, sowas wie Comex, Wirecard, den Diesel-Skandal, den hattest du ja auch damals intensiv begleitet. Ich würde was anderes nehmen und zwar würde ich das Thema nehmen, wie es denn letztlich in der Ukraine weitergeht. Weil ich glaube, das wird auch eine Sache sein, die uns ein Leben lang begleitet und das werde ich auch weiterhin machen. Das ist, jetzt sehen wir den schrecklichen Krieg. Hoffentlich kommt der möglichst bald zu einem Ende. Dann werden wir sehen, wie es mit dem Land weitergeht, wie der Aufbau stattfindet und das ist eine Generationsaufgabe. Aber wie aus einer früheren Sowjetrepublik ein vorbildlicher Staat werden kann. Da sind die Anstrengungen darauf gerichtet und das wird wahnsinnig schwierig. Aber das finde ich spannend zu begleiten. Ja, auf jeden Fall. Auch das geht uns natürlich allen so. Auch da sind viele Hoffnungswerte unserer Seite dabei, dass wir da irgendwann mal über ein positives Ende relativ zeitnah sprechen können. Danke dir an dieser Stelle erstmal Martin für den Einblick in deine Arbeit und in dein Leben und wir freuen uns schon auf den nächsten Fall mit dir. Ja, freue ich mich auch. Besten Dank Ina. Führende Frauen der deutschen Wirtschaft vernetzen. Das hat sich PALS, das exklusive Wirtschaftsnetzwerk der Handelsblatt Media Group, zur Mission gemacht. Mit PALS möchten wir gemeinsam die Zukunftsagenda 2035 für Deutschland gestalten. Wir sind uns sicher, durch einen offenen und vertrauensvollen Austausch schaffen wir es, den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit noch besser zu begegnen und die Zukunft gemeinsam positiv zu gestalten. Werden auch Sie ein Teil davon. Besuchen Sie uns auf puls.handelsblattgroup.com.